hey leute narutalent hier und alter copyright hey leute narutalent hier und heute bei der nächsten folge einem lauf let's go ich habe in der letzten folge gewonnen zweiter platz war aniel dritter platz war fw football king fw wir waren ziemlich am rage in der letzten episode muss ich sagen ich freue mich auf scharfschützer muss ich sagen aber einen lauf wird schwer für mich ich bin einem lauf immer scheiße und mit neuen spielern wird das ziemlich schwer und glück wieder an euch und bitte wer der copywriter der musik spielt hört das schon wieder warm aus aller playa daniel auf bitte dreht der musik komplett ab ja copyright ich kann das video sonst nicht hochladen ersten schuss schon mal verschossen gg an mich ich bin der einzige typ der mich gilt die ganze zeit aber ja ich bin letzter ich habe 0 zu 3 alter ich auch mal hatte was an einer der kämpfe im deal in den haus hinten drin so ein feld ist besser in ihr wir alle kämpfen irgendwo außer der wixer und harte pass aniel marlon der harte pass am meisten keiner traut sich schießen ok haupt zwei schießen so ein idiot wir haben jetzt alle keinen schuss kurz einen tipp keiner hat einen schuss mehr der schuss war auch wieder unnötig von harte pass ich bin ich blute übelst an meinem pickel warum der schuss der schuss der gehirn tropft danke höchsten grad ok ok doch man muss alla player chico oh mein gott mit eotek eo die im online-modus Christus-Schlucker Haha Ich schieb die in die Hand Gluck 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 Glüh Das ist unfair, Dick! Probo-Technus-Schlucker Nein, schießen ist nicht erlaubt Oh, ich mag die Chico-Musten Ich mag auch nicht Scuff, Bitches Kann ich mir aufhören, mich zu spawn trappen? Ey, ah ne, warf ich so ein Camper? Alter Ich mein, wir die ganze Zeit viel Nach wann wechsel sich wieder die Waffe eigentlich? Malon! F*** dich! Junge, ich bin Waffenmeister Ich kann mit jedem, ich sehe auf jeder Waffe Ich auch Oh nein, KSG Oh nein, ich kann mit der KSG gar nicht Ich auch nicht Äh, war noch aber Doppelpunkt Oh, ich geb ihm Turn-On Ich geb ihm Turn-On Es war kein Turn-On Er ist hart schwul Nein, ich hab ihm einen Code-Tag, glaub ich, Turn-On gegeben Nein Wenn du auch mit Empfindigkeit auf 3 Millionen Spiel spielst Ja! Mann, wieso geb ich Shitmark aus der Distanz? Ja, ich leg mich da so hin und denk mir so nix Wollt mich so hin, schlafen jeden Nein, Leute Ey Leute Ihr seid alle Yo, immer von der Seite Irgendwann schwimmen Wichser Äh, ich muss es immer hinterher machen Aua! Mann! Lass du das später meinen Äh... Ja! XTR! Spray an die Schäden! Ja genau, harter Boss! F*** dich! Oh, sehr hart, bitte! Der Wichser kämpft dahinten! Ey! Voll leise hier, Alter! Ey, das ist scheiße! Gott, ist wie schwul die Waffe, Alter! Aber Jäger! Säger nicht! Säger nicht! Säger nicht! Säger nicht! Lass mich dir doch mal weg aus! Lass mich dir doch mal weg aus! Tschüss! Trickshot! Ne, eigentlich nicht! Was ist das?! Ach, Mann, du! Ja! Ich bin eigentlich immer letzter! Also, proper letzter! Ich wollte einen Trickshot machen, du Nudel! Sieb! Oh, die Fall! Nein! Ich hätte gedacht, ich hätte das gehört! Ja, Chris! Dein Scheiß-Kraft Wichscontroller, Alter! Der Wichser! Der Wichser ist schon Wichser! Ja! One-Shot, Marlon! Das ist für die Leute, die schnell genug runterholen können! Danke! Oh! Da bin ich eigentlich ganz weit oben, aber... Oh, die Hutteck ist ein Schlucker! Mann! Der Nick! Der schluckt 100 Schüsse, oder? Was? Marlon, was war das jetzt? Get my horse! My horse is amazing! Alter, wie kannst du so 20 Kills haben? Forget my horse! My horse is amazing! No! Fuck, Alter! Ach, F***! Auf Nuke-Torns kann ich nur sagen, GG! Alter! Ja! Ja! Spartrappist! Ich steh grad auf und direkt tot! Oh mein Gott, das ist schwul, Alter! Das ist scheiße hier! Das ist nicht harter Bass, das ist hart schwul! Loi! Ja, das glaube ich hier! Nein! Chris, das war jetzt Zuball! Was? Das war Zuball, da ich dich grad gekillt hab! Ich hab eigentlich woanders hingezielt! Wollte es mich killen? Alter, er macht nix außer auf die andere Seite! Oh, hi! Ja! Yay! Boah, Chris! Nick! Lernt spülen! Jaaa! Ah, der Bass holt mich weg! Wie, keine Ahnung, was! Ich töte mich, wett nicht, auf Kabel, weil mein Herz noch ein bisschen spackt! Ich treffe auch überhaupt nicht! Ey, das ist scheiße, wenn man die Stammer hat! EW! Verladen wir auf! Ach, der Bass, ey! Auf welcher im Bild ich halt spiel, so 3 Milliarden! Hä? Ey, er ist am gleichen entfernt! Ich finde, alle können mit dabei wissen, ich bin nur ich nicht! Ja! Der Football King kriegt keinen Hitmarker! Ey, Mann! Lass mich doch mal auf die Horn raus! Gratuliere! Nick, killt mich natürlich mit seinen Scheiß... Weil anscheinend nur mit den Scheiß-Raketen er verspielt! Nicht den anderen reden, wurscht! Ich auch! Wow! Das ist so behindert, ey! Der braucht so lange zum Nachladen! Jaaa, grüß! Klar! Zum Glück, dass du denn gesperrt hast! Wer kann... Jaaa, der war wie so'n dämlicher Potzen! Ernsthaft, ich spawnen und stirb! Alter, wie hat der Scheiß-Hatet, Leute! Wie gesagt, muted kurz! Wie ich mit der Scheiß-Mauer einfach nicht umgehen kann, Mann! Ich hab mit der jetzt am meisten Pits gemacht! Jaaa, ey! Du bist auch Noob! Wer ist zweiter Platz? Hat der Pass! Ich war Zweiter! Jetzt bin ich Fünfter! Leute! Ich war Zweiter! Ich war AFK, weil ich weg musste! Dadurch bin ich jetzt Letzter! Ja, das ist Pell! Jaaa! Dann werde ich alle demütigen und alle, ja, fissen! Okay! In der nächsten Folge gebt Stock und Stern! Bis zum nächsten Mal, Leute! Und tschau!